Ja, auch vom Bauen her. Es ist ja nicht unbedingt, dass sie schwerer zum Rollen sind, sondern auch manchmal schwerer, weil du nicht weißt, wo du was hin bauen sollst. Das Problem ist, hier brauchst du eigentlich nichts hinbauen, weil ihr haut da dann einfach um die Ecke ab. Scheiße auf Geldteile. So, mal schauen wir dir vorbecken. So, ich bin gespannt. Ich habe gedacht, die halten mich in der Kurve. Was, die Luftheile? Ja. Es hätte auch geklappt, hätte ich mich stärker drauf gelenkt. Ich weiß nicht, wie du... Ich komme da nicht mehr weg. Der haut mich genau vor den Luftheilen raus. Wenn ihr hintert, dahinter auch irgendwas ist, ja. Das hättest du ja zerstören können. Hast du grad zerstört, mein Geldteil? Wobei, ich brauche mich jetzt gar nicht drauf bringen. Das ist die erste Runde geht definitiv an sich. Das Problem ist, dass ich die Runde nicht abbrechen kann. Weißt du? Wie abbrechen? Nummer neu? Ne, abbrechen, so dass ich einfach in die nächste Runde starte. Wow! Übst der Schub! So. So, ich muss wirklich erst bis zum Tor. Pan! An dem du jetzt natürlich schon dran bist. Das ist wahr. Boah, ich muss mir dann nochmal zurück. Ich sag mal, die Map bietet eigentlich gute Plätze zum Bauen. Ja, das stimmt. Nur leider eben zu viele, sodass ich nicht entscheiden konnte. Clever. So, die Wolke ist natürlich jetzt im Schub geben da. Ist alles andere. Ich weiß definitiv, wo ich jetzt was hinbaue. So, 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 so. Ich weiß definitiv, wo ich jetzt was hinbaue. Das ist schön. Ah, ich bin gerade erst fertig und du, aha, Mist. Ich bin ja gespannt, wo du jetzt gerade Wind baust. Ich kann leider nicht drauf achten. Ja, das ist nämlich ungefähr. Aber hier vorne ist ja auf jeden Fall schon mal gar nichts, wie ich das gerade sehe. Und der Wind wedelt, der mich genau in die Wolken wirft, ist komplett schwachsinn. Keine Ahnung, was ich jetzt mal sage. Ich weiß nicht, was ich am Anfang gebaut habe. So wollte ich das vorhin, genau so. Das ist nämlich so, das ist nämlich so gut gebaut, da kannst du einfach reinspringen und die pusten dich um die Kurve rum. Du hast nicht gemerkt, dass man hier die Abkürzung nehmen kann, oder? Durch die Abkürzung? Das ist okay. Können die Leute auch im Video sehen? Die, die ich noch zugebaut habe, in der Hoffnung, dass du das jetzt abkürzt hast. So, Pallong. Was? Bist du einfach durchgekommen? Ja. Wie das? Eben genau durch diese Abkürzung, die du wahrscheinlich nicht bemerkt hast. Hä? Soll die bitte sein? Ja, ja. Dann müsstest du ja hier den kompletten Weg gar nicht langfahren. Genau. Hä? Das habe ich dir eigentlich einen riesen Tipp gegeben. Hä? Ja. Du kannst einfach rüberspringen, Junge. Gibt's nicht. Doch, gibt's. Was? Was habe ich jetzt? Ich habe nichts ausgewählt gehabt. Warte. Hä? Was denn? Vorher willst du einfach rüberspringen? Ja, ist egal. So, ab geht Bosch. Ich weiß echt nicht, was du gerade baust. Ich schaue gerade bisschen nebenbei zu, weil ich dachte, du baust mir meine Abkürzung zu. Aber ne. Hä? Ich habe echt keine Ahnung. Soll ich dir Bescheid sagen, wenn ich an der Stelle bin? Damit du siehst. Hast du mir offen... Oh nein, die Wolke. Fick Wolke. Hä? Soll ich dir zeigen? Du hast es wirklich schon offen gelassen gerade. Warte, warte, ich bin kältet. So, warte, warte, warte. Und der Kurbel dann dort zwischen den Mauern durch. Da, wo du alles zugebaut hast. Alle drei Runden und du hast so viel Zeit. Da, 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 plong! So, ich lasse jetzt mal noch ein bisschen rollen. Wahrscheinlich. Wir schauen, ob meine Taktik funktioniert. Was kaum eine Taktik ist, ist mehr einfach nur ein Aufhaltungsverlöse. So, jetzt bin ich gespannt. Macht das man ab? Nein. Du wolltest es wirklich probieren. Hat doch fast geklappt. Also ich glaube, dafür kannst du nicht genug Schwung nehmen. Also das würde mich wundern, wenn es geht. Deswegen habe ich das auch noch zugebaut. Weil ich dachte, du hast es auch gesehen. Habe ich zumindest das erste zugebaut. Weil ich da wirklich viel Zeit in die hier rumgurken muss. Also wenn du das siehst, Hut ab. Jetzt habe ich das dir mal nachgebracht. Ey! Du Tierquäler. Elender. Ja, wollte ich gar nicht. Ah, schön. Im Grund und Boden habe ich dich gespielt. Ah, irgendwann. 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 Das sind die ganzen Lyon und Paris und so. Diese ganzen Mistmaps. Ach komm. Versuchst du dich ja irgendwie rauszureden, ey. Komm dir das doch mal an. Wo wir sind die hier zu bauen. Alter, was hast du für eine Map? Ist ja cool. Die haben wir noch nie gespielt. Wo geht's denn los? Und da geht's los. Okay. Boah, Alter. Das ist mies. Als erstes mal mache ich mal folgendes. Ich baue hier alles zu. Jo. Mhm. Du hast jetzt Garantipp in mir geguckt, aber. Ich kann dir so viel sagen, dass ich, dass ich dort nicht lange werde machen wollen. Wollen. Okay. Und Abkürzungen gesehen hast du den Hut ab? Das ist keine Bemerkung, hast du nicht gesagt. Na doch doch, das ist sogar eine ziemlich gute Abkürzung. Okay, die Wolke habe ich nicht mitberechnet. Hä? Lass mal die Kuppe rum. Spaß. Die Wolke habe ich nicht mitberechnet. Stark. Scheiße. Entschuldigung. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass die das noch boostet würde. Das weiß ich doch. Mann. Ja, ja. Großmaul. Spass. Abgezogen habe ich dich. Badum, 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 bam, bam, blong. Ah, jetzt geklappt wäre ich sehr viel eher da gewesen als du. Hätte, 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 hätte. Hätte, 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 hätte. Hätte den Paraket. Jetzt habe ich natürlich... Ahnung, was ich bauen soll noch. Ja, das habe ich... Nee, gut berechnet mit Geld. Alter, das... Alter, was habe ich jetzt für einen Schwachsinn gebaut? Es ist unglaublich. Oh Gott, ey. Ach du Scheiße, wie dumm, ey. Alter. Das war gerade ungefähr komplett unnötig. Ob er zu viel Geld hat, ne? Ja. Komm, komm, roll mein kleiner Bell. Bell, bell, bell. Fausti. Nimmst du die Abkürzungen links an der Wolke vorbei? Oder... Was hast du vor uns gemeint? Ja. Okay. Ich dachte, oh, das ist die vielleicht du zu bauen. Aber ich dachte, das hat zu viel zu bauen und die irgendwie richtig durchzubringen. Hast du hier? Ah, das ist natürlich clever. Allerdings... Pustet... Das Zeug nicht stark genug, um mich da runterzuwerfen. Um dich jetzt mal dazu zu sagen. Und damit habe ich dich überholt. Ah, okay, jetzt verstehe ich mir deine Abkürzungen liegen. Und das meinte ich mit, ist komplett unnötig. Wort. Ah, du schmerzt. Ich verstehe. Ich verstehe. Nichts ist unnötig, ja? Toyota. Was, Yoda? Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Nichts ist unnötig. Toyota. Toyota. Oh, das war... Denke ich war noch enge. Das war ein richtig gutes. Was baust du? Alter, du sollst nie bei mir gucken, du Spaß. Was? Ich frage ihn ja bloß. Na ja, mach mal chillig. Du wirst es schon sehen. Ich gucke einfach. Bei mir. Ja. Ja. Das ist genau so. Mal kommen jetzt Eier machen. Komm, 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 komm. Rufen die eigentlich am Anfang immer Eier? Eier하... Eierhi. Eierha. 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 Hull dich mir, ihr Schweine. Oh fuck, das war doch mal ein Blödes. Oh, ich habe schon gekackt. Scheiße, ich bin runter geflogen. Das ist schön. Oh, die Wolke ist ja mies. Ja. Ist schon dort unten? Nee, oder? Doch, 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 doch. Oh, das ist schlecht für mich jetzt. Und ich sag, du hast das vollkommen dumm gebaut, weil ich einfach die Anlieger immer rechts, immer links nehmen konnte. Ja, ich finde die Strecke ist scheiße. Das ist Wahnsinn. Gott, gebe ich dir ja credit für. BAM! Hast du gewonnen. Gut, gut, gut. Eigentlich schade, ja. La Rochelle. Wie viele Strecke sind es noch? Vier. Ja, es sind noch so viele, echt. Krass. So. Also der Modus macht schon am weitesten Spaß, muss ich sagen. Am weitesten? Am meisten? Weil ich wollte eigentlich sagen, weit aus am meisten. Oh, das ist aber eine lange, das ist aber eine lange Strecke. Wow, wow, wow. Krass. Die ist echt krass lang. Ja. Warte mal, welche Richtung geht's? Hä? Hä? Da geht's los. Ja, okay. Ich mach schon mal was. See you later, Alligator. Ich denke, das wird jetzt interessant. Ja. Ich hab dumm gebaut, muss ich sagen. Ich hab vergessen, dass die Geldteile so viel Platz brauchen. Das hat mir grad meinen ganzen Bauplan voll für den Arsch gemacht. Okay, komm ich außen rum? Ja. Ich hab's gerade überholt, ich bin nur viel schneller hochgekommen, hast du. Ich weiß ganz gut gut gebaut, was, wenn ich nicht zu versagen. Oh, ich prall immer von den Kanten ab, das ist so nervig. Scheiß Spiele. So schnell geht's. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Das kann doch auf keinen Fall schneller sein als unten. Sondern wenn ich da auch noch verkacke, dabei ist. Das ist zum Kotzen. Oh. Scheiße, Scheiße. Ach, Elefanten hat auch den, ja? Ja. Ja, haha. Pfff, das ist so ein bisschen Drecksack. Ey, das hab ich so verloren. Das hab ich aber so verloren. Shit. Ah, so cool. Fuck. Natürlich, wenn du oben lang fährst, ist natürlich gar kein Problem hier, ne? Ja. Ups, da ist wieder runter. Nee, warte, hä? Was ist jetzt nicht auf meine Seite? Vielleicht bin ich richtig? Oder? Du kommst auf meine Seite nicht rüber. Bisher. Du kommst nur da dran. Ja, das ist doch... Ja... Klasse Ding. Küchen lass ich dir noch da. Ne. Ich frag mich, wo du jetzt grad... Ich frag mich, was du jetzt... wie du gedenkst, mich aufzuhalten. Das frag ich mich auch noch. Das ist schön. Ach hier! Ich werde gerade jetzt... Nein! Das war noch nicht fertig. Ich hab's so verkackt. Ich kann jetzt nur irgendwie versuchen, die ganzen Abkürzungen oder die Wege oben zu nehmen. Damit ich noch irgendwie eine Chance habe. Obwohl, du hast ja schon alles geigt. Ich nehm dich schon die ganze Zeit. Bis zu vorn, da bin ich runtergefallen. Na was heißt, du hast super geil. Du hast ja immer noch die Chance, mich komplett zu zer... Fuck. Mich komplett zu zerlegen. Habe ich, garantiert nie. Sieht mal, weil ich schon voll der Skiller gerade bin. Alter, fahr ich nicht so blöd hier drüben. Was ist denn das hier? Oh, hier bin ich vorne... Oh, die ist ja mies. Wenn du dort lang kommst, bist du sehr schnell. Scheiße. Ach so. Verkackt. Schaff ich das? Ne, schaff ich nicht. Doch, schaff ich nicht. 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 Ich hab einen Elefanten getötet. Du Spaß. Alter, fuck, du bist schon da? Ne, das schaff ich nicht mehr. Okay. Oh, es ist so nervig. Es ist so nervig. Alter. Alter. Fick dich. Einfach. Wie, wie soll ich jetzt doch irgendwas machen hier? Oh, fuck. Wie soll ich denn jetzt nicht? Job. Das wird's spannender. Ich muss sagen, das ist ein eigentlich ein richtig geiles Skill-Map. Halt dich was. Kannst es nicht machen. also nichts für sich grob fein mit holen F*** nicht schlecht aber wenn es noch nie gemacht hast oi 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 oh du bist so ein blöder du bist einfach ey ich mag die Mütten die geht mir auf den Sack tierisch das ist eben weil sie dir so viele Möglichkeiten offen lässt aber ich finde ich finde es interessant dass ich jetzt jedes mal oben den Weg genommen habe und du ihn mir nicht ein einziges mal zugebaut hast ja ja die Fresse reif nur an die Nase du Spass langsam kommt der Frust durch es ist so nervig es ist einfach so nervig er sagt das ist ein gutes Spiel oder also das Spiel ich liebe dieses Spiel wirklich nur ich bin scheiße oder was ja es ist nichts neues ok ich mag das Spiel wirklich aber es ist nervig gerade so dermaßen ich zäumel mir noch die ganze Zeit meinen Stein ich zäumel mir noch die ganze Zeit meinen Stein oi ja komm den erlaube ich dir sogar zu ja kam ordentlichen Fettfleck gerade schön schön ja Mensch was für eine Folge wer hätte das denn gedacht dass Tilosi am Anfang sich nochmal rankämpft es ein bisschen spannend wird und dann sich das so locker ausklingt ein bisschen Emotions noch durchkommen ich denke das beschreibt die Folge ganz gut Emotions 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 Siegesgejubel und natürlich auch Wutschreie von wem und von was das habt ihr ja gesehen jedenfalls freuen wir uns wenn ihr euch mal in den Kommentaren über unser Let's Play auslasst also wie ihr es findet ob gut oder schlecht was man besser machen könnte fänden wir ganz gut würden wir uns auch drüber freuen und ja da würde ich sagen wenn es euch gefallen hat dann gebt mal einen Daumen nach oben und ja wir sehen uns in der nächsten Folge Ciao